7 Minuten 15 für die 271 Rode Cain, Frankreich. Auch eine klasse Zeit. Ich glaube, die 7, 7,5 Minuten sind doch heute gute Zeit, das haben wir heute Morgen gar schon gesehen. Ja, die Strecke wird ja hier auf, nicht einfacher, nur die 7 Minuten 7,22 für die 276. Jeremy Jolie aus Frankreich. Weiter geht's für ein Kind in Stadt Nummer 116, Jack Rowland. Und Mike Brougham, 7 Minuten, hier fängt es ganz zu. Das ist ein Teamkollege, 32, 7 Minuten 16. 7 Minuten 16, 5 Minuten 32. Für die 70. Für die 70. Das geht jetzt in die 102. Jamie McKenney, den Trophy für Großbritannien. Und die Strecke Nummer 116, Tennis Stilka. Also, die Fans aus Deutschland sind gefragt, Dennis Röster jetzt hier, auf den Kurs. Start Nummer 14, Nari Matila aus Finnland. Das geht jetzt hier, auf den USA, die Strecke Nummer 12, und in die Kanada Finnland. Die Strecke Nummer 116, Strecke Nummer 9. Weiter geht's. Und die zeitgleichen die Stadt Nr. 16 Die Stadt Nr. 15 Die Stadt Nr. 15 Die Stadt Nr. 15 Weiter geht es mit der Stadt Nr. 173 Sndr. 15 Die Stadt Nr. 15 Die Stadt Nr. 15 Die Stadt Nr. 15 F. 15 Sndr. 15 Sndr. 15 Vielen Dank für's Zuschauen.